Wie schaffen es jetzt Dienstleister, potenzielle Mitarbeiter zu überzeugen, dass sie sich bei ihnen bewerben sollen? Im Moment ist es so, dass wir jede Woche zwei bis drei bis vier Anfragen bekommen, mal mehr, mal weniger von potenziellen Bewerbern. Dazu gibt es eigentlich ganz einfache Maßnahmen. Sie müssen authentisch sein. Sie müssen sich so zeigen, wie sie auch wirklich sind. Es nützt nichts, wenn sie irgendwelche gekauften Bilder auf irgendwelche Werbeanzeigen posten und wundern sich dann, dass da die falschen Mitarbeiter kommen. Wir haben gemeinsam Videos gedreht. Die sind bei Facebook, bei Google, bei Instagram. Dann haben wir TikTok, haben wir probiert und so weiter. Ich werde da vollends betreut. Sven Sulik macht alles das, was geht. Ich brauche mich darum, selber nichts zu kümmern. Das finde ich total super. Bringt auch total viele neue Ideen mit rein. Dass sie einen vernünftigen Mitarbeiter haben und dass es bei ihnen anfängt, also ich gehe immer davon aus, das sind mindestens zwei Jahre. Also der hat sich bei ihnen beworben, sie haben den eingestellt und er bleibt zwei Jahre bei ihnen. Und nach zwei Jahren läuft derjenige auch alleine. Dann weiß der alles, wie es in ihrem Unternehmen läuft. Der kann komplett alleine arbeiten und dann fangen sie auch wirklich an, mit dem Geld zu verdienen. Vorher ist das alles noch so ein bisschen Einarbeitungsphase. Das dauert in der Regel wirklich so lange. Und wenn Sie wirklich wissen wollen, wie das Ganze funktioniert und wie es bei meinen Kunden funktioniert hat bis jetzt, dann kann ich Ihnen gerne eine Empfehlung machen. Gehen Sie auf meine Seite www.svensulik.com-Fallstudien und da finden Sie ganz viele Beispiele von meinen Kunden mit Videos, mit Erklärungen, wie das Ganze bei meinen Kunden funktioniert hat und wie schnell das vor allen Dingen auch funktioniert hat und wie gut. Wenn Sie wissen wollen, wie das selber funktioniert, melden Sie sich gerne bei mir. Sven Sulik, machen Sie einen Termin, gehen Sie auf Termin buchen und dann besprechen wir kurz miteinander und dann schauen wir, wie es bei Ihnen funktioniert. Und wenn Sie wollen, dann arbeiten wir auch zusammen und dann werden Sie von mir betreut, so wie meine anderen Kunden auch. Dann müssen Sie sich ums Marketing nicht kümmern, das ist dann raus und Sie kümmern sich auf Ihre Kernarbeit und fokussieren sich auf Ihre Umsetzung mit Ihren Mitarbeitern, dass die vernünftig arbeiten und dann kriegen Sie Mitarbeiteranfragen, Sie kriegen Kundenanfragen und wir schaufeln Ihnen dann sogar genug Zeit, damit Sie sich um das Unternehmen kümmern und nicht mehr im Unternehmen arbeiten müssen. Mein Name ist Ralf Schichtel von der Firma Schichtel Elektrotechnik. Wir sind ein Elektroinstallationsunternehmen, nicht nur im klassischen Sinne, sondern wir machen auf der einen Seite Industrie, wir machen Handwerk, wir machen auch kleine Aufträge, große Aufträge. Wir sind derzeit 18 Mitarbeiter und suchen ständig neue Mitarbeiter, weil wir uns vergrößern möchten. Ja, vorher war das reiner Zufall, also wenn mal jemand angerufen hat, haben wir uns sehr gefreut. Es ging so ein bisschen, ja, Mund-zu-Mund-Papaganda, kennst du jemanden? Das war immer sehr erfolglos, weil ich meine, so viele Leute kennt man nicht, als dass man dort erfolgreich Mitarbeiter findet. Die Schwierigkeit ist ja, habe ich mir dann irgendwann überlegt, den Leuten oder den potenziellen Bewerbern zu zeigen, dass es hier im Betrieb vielleicht anders ist, als da, wo sie im Moment arbeiten. Also, dass es hier ein bisschen cooler ist, ein bisschen schöner ist. Und dort gibt es für mich eigentlich nur das Medium, soziale Medien und das dann über Video zu präsentieren. Das ist für mich die beste Lösung. Und dann habe ich halt gesucht irgendwo und zufällig bei Facebook einen Kommentar gefunden, wo der Sven Sulik etwas kommentiert hat. Ich dachte, okay, der scheint Ahnung zu haben. Und dann habe ich gesagt, den schreibst du jetzt mal an. Und dann habe ich ihn angeschrieben und so sind wir zusammengekommen. Und dann habe ich gesagt, den schreibst du jetzt mal an.